Hallo aus dem wunderschönen traumhaften Franco Castelo hier auf Kreta. Ich filme gerade hier einen Traumstrand der heißt Orceamos. Unglaublich schön. Schaut euch mal diese Farben an hier das Wasser. Erinnert sehr an etwas Tropisches. Das ist der Strand bei Franco Castelo und zwar nicht dort wo die venezianische Festung ist, das Wahrzeichen hier dieser Gegend, sondern eher links, wenn man halt wieder in Richtung Revenon fahren würde. Und der Strand ist wirklich ein Traum. Das Wasser ist absolut klar. Die Farben sind einzigartig und es ist eigentlich auch immer so. Und zum Schwimmen, man kann hier schnorcheln, man kann gut schwimmen. Das vielleicht einzige Problem ist, dass es hier öfters Wind gibt und man kann den Schirm nicht richtig aufstellen. Also Vorsicht, wenn ein Schirm aufstellt, sonst ist er weg. Und hier diese Sanddünen, die hier links sind, die sind sehr beliebt bei Kindern. Die gehen, die klettern dann so hoch und dann lassen sie sich runterrollen. Muss man ein bisschen aufpassen, aber macht schon sehr viel Spaß. Franco Castelo ist natürlich immer ein Reisewert. Und wenn man hier auch übernachten kann, es gibt sehr schöne Zimmer, die man mieten kann. Wir waren in einem kleineren Hotel, es gibt aber auch dieses hier genau über den Strand, das heißt glaube ich Fata Morgana oder so. Da waren wir auch schon mal, war auch sehr schön. Also liebe Grüße aus Franco Castelo vom Strand Orfe Amos. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR. 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 Musik 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 Musik